ja ich versuche mal was völlig anderes und zwar etwas das ich eben ganz dezent nachgelesen habe was ich völlig vergessen habe denn ich habe ja auch noch die möglichkeit zu springen wobei sich das immer so anhält als würde er sich abkrammen ich hätte ich da gerne neutral ich auch du bleibst bitte auch da ich glaube es war gerade so verkehrt aber die richtigen der richtige weg hier ist das das ist die erste Anzeige Bitte. Danke. Blau? Blau. Kiko? Neutral. Neutral, saftig. Du beförderst mich jetzt da rüber. So, dann lasse ich die Kiste jetzt beiseite und die nehme ich mit. Ha, hab dich. Jetzt. Kommst du mal her? Nicht stecken. Du, 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 du. Bisschen Glück, darf ich das gleich nochmal machen? Nö. Weiter, raus hier. Bevor mich noch so ein Viecher wischt. Oh, wie er fahrstufe an? Hurray! Video-Sequenz. Heißt nichts Gutes. Ja, ich hoffe nur, dass der nächste Raum auch einfacher wird. Hier ist der nächste Raum. Das sieht echt bedrohlich aus. Naja. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mit dem nächsten Rätsel, das ich hoffentlich schneller löse. Okay, ich habe hier. Okay, das steht wirklich an der Wand. Ach, die ziehen sich auch noch zusammen. Das wird mein Lift nach oben nachher. Okay, auch noch ein bisschen gucken. Huch. Moment mal, bevor du... Das ist jung, hm? Ein Wasserfall. Was haben sie denn da? Gibt das nicht nach oben? Ach, das ist Spiegelung. Okay. Aha. Das habe ich jetzt relativ schnell gefunden. Ich würde mir auf die Schulter klopfen, aber... Ich will weiterspielen. Ich lasse dich mal so. Vielleicht hilfst du mir ja gleich noch. So, hier läuft das besser. Hier ist nichts mehr zu holen. Gut, eigentlich ist das mit der anderen Farbe auch ein bisschen auffällig, aber... Äh... Soweit so. Okay, es hat mir geholfen. Die stoßen sich ab. Und schon habe ich die hier oben. Ich bin gespannt, wo ich jetzt hinlaufe. Ich würde gerne da drüben rüber. Warum gehe ich da nicht? Parce, man ist einfach nicht mein irgendetwiger. Ach, ne? Du fährst noch nicht wieder aus, ja? Das ist wieder dieses Symbol, und ich freue mich, dass ich jetzt... Gamachi, es gibt einen Link zwischen all den Mag-Runnern, etwas in der Vergangenheit. Was? Nachdem ich diese Dinge attacken, hatte ich eine Vision. Alle die Komponenten kämpfen etwas... etwas. Aber es fühlte sich, als wäre es ein langes Mal vor. Die Leute sterben, Gamachi. Cram versucht, die Mag-Runnern zu töten. Es hat etwas zu tun, mit der Vision. Das Kult, das deine Eltern Teil des... Nein. Das ist nicht möglich. Was, Gamachi? Gamachi? Gamachi, sprich mit mir. Erzähl mir, was passiert ist. Was denkst du? Sag es mir. Ich will es wissen. Bitte. Irgendwann wirst du es mir sagen, das weiß ich. Das musst du einfach. Oh. Äh... Gamachi? Was ist mit dem Mag-Gloven? Ruhig. Es ist eine Firmware-Update. Ich aktiviere den Nanomech-Pot in der Gloven. Du kannst deine eigenen magnetisch veränderbare Punkte kreieren. Die Nanomechs sind nicht stabil, also kann es nicht überall funktionieren. Schuhe es etwas, um es zu testen. Ja. 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 Hey! Es ist Newton! So, er ist noch hier mit mir. Ich habe die Nanomex programmiert, um Newtons Appearance und Behaviour zu vermitteln. Ich habe gedacht, du könntest ein freundliches Gesicht benutzen. Bitte lasst nichts aus dem Wasser raus. Wie ich mir das vorstelle. Oder zieht mich halt. Das ist praktisch. Newton heißt übrigens der Hund. Okay, kommen wir mal kurz ein Stück näher bitte. Jetzt! Ja, was ist jetzt? Naja, du kannst mich gerade entziehen. Da sind wir wieder, Junge. Schaff ich das? Schaff ich das? Nein. Jetzt hab ich's. So nach oben. Und hierüber. Nicht abbrechen, nicht abbrechen, danke. Dich nehm ich jetzt mit und kletter da oben hin. Okay, Newton. Mal sehen, was wir tun können. Was nützt. Hey, nicht... Ach, scheiß drauf. Aufhol, äh... Du schaffst das. Ich hoffe nicht. Du kannst mir die Kiste wiederholen. Jetzt hat's wieder Schwung. Jetzt wär ich fast selber runtergefallen. Okay. Jetzt wär ich fast selber runtergefallen. Ich fahr hier ganz gemütlich rüber und hoffe, dass es hier einen Ausgang gibt. Vielverlässig ist geschmeichert und hier ist schon wieder so ne schöne mal Zeichnung anwand. Na ja. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ich hab mir die Idee, aber... Yes. Und wieder hoch. Oh, guck mal. Ach. Warum bist du jetzt... Was? Ach, der zieht... Ist das hier rot oder nicht rot? Jetzt ziehst du mich jetzt hier tot, ist mir auch schön... So, wir bleiben uns jungen und gucken uns erst mal das an. Okay. 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 Das hab ich mir fast schon gedacht. Ach komm, hier könnte ich auch anziehen. Schon bin ich hier raus und es sollte jetzt einfacher werden, wenn der Typ recht hatte. Hat er nicht... Weiß ich jetzt schon. Ja. Okay. 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 Ich bin voll zuversicht, dass... wenn hier alles für die Hunde geht. Okay. 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 Okay.